21. Brief Thema Unser Inneres Leuchten Reichen wir einander die Hände, um zusammen Richtung Sonne, Freiheit und den Sternen zu tanzen. Dabei entlocken wir aus uns die noch verborgenen Gaben und Geschenke. Wachstum ist nur möglich, wenn Vertrauen und Verständnis und viel Liebe da sind. Und dies in Abwesenheit von Achtlosigkeit und Kritik oder destruktiven Verhaltensweisen. Einmal pro Woche schreibe ich auf meinem Blog einen kurzen Brief an dich. An dein Herz freue mich, wenn ich in dir etwas bewegen kann. Fühle dich frei, dies zu teilen. 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 Vielen Dank.